Stefanie Hertel hättet derzeit von einem Termin zum anderen. Bleibt da genug Zeit für ihren Ehemann Lenny Lanner? Stefanie Hertel, ihr Terminkalender ist voll. Eigentlich müsste der Tag für Stefanie Hertel, 44, mehr als 24 Stunden haben. Der Terminkalender der charmanten Sängerin ist randvoll. Gerade erst war sie auf großer Promotor für ihr Kräuterbuch. Ein echtes Herzensprojekt für die schöne Vogtländern. Und derzeit steht sie für Proben auf der Theaterbühne. Im April tourt sie dann mit dem Stück Ganz Paris träumt von der Liebe durch Deutschland. Stefanie Hertel, sie zieht es auf die Theaterbühne. Die Geschichte ist, dass ich vor zwei Jahren für eine Theatertour engagiert war und überhaupt nicht wusste, worauf ich mich da einlasse, dass ich auf wundervolle Menschen gestoßen bin. Wundervolle Kollegen, mit denen ich eine Familie, eine Einheit geworden bin, erzählte sie begeistert in der Talkshow Riverboot. Und wir haben uns so lieben gelernt, dass wir beschlossen haben, wir müssen weitermachen. Ob Stefanies Schauspielambitionen aber auch Ehemann Lenny Lanner, 49, so glücklich machen? Schließlich gelten der Österreicher und Stefanie als unzertrennlich. Zusammen mit Stefanies Tochter Johanna, 22, haben sie auch noch Auftritte als Country-Triumor den Wörz. Doch dieses Projekt muss offenbar jetzt erstmal ruhen. Lenny wartet einsam zu Hause in Bayern, eine gefährliche Belastungsprobe für ihre Ehe. Der Musiker, der selbst einen eigenen Radio-Country-Sender gegründet hat, könnte sich schnell aufs Abstellgleis geschoben fühlen. Stefanie Hertel, keine Zeit für den Hochzeitstag? Ausgerechnet, wenn Stefanie im April auf ihre langersehnte Theatertour geht, haben die beiden auch zehnten Hochzeitstag. Romantische Zeit für Zweisamkeit bleibt da nicht. Aber vielleicht lässt sich Lenny dann auch eine besondere Überraschung für seine Stefanie einfallen. Denn er weiß auch, trotz der vielen Projekte würde Stefanie niemals ihre Ehe aufs Spiel setzen. Ich wusste immer, was zählt im Leben, sagt sie. Und das ist vor allem die Liebe zu Lenny und ihrer Familie.